ja freunde und herzlich willkommen zum nächsten video hier auf fc fabio und damit zum nächsten stadionvlog nach langer zeit hier auf diesem kanal heute unser heimspiel gegen bayern münchen ja es geht um die deutsche meisterschaft für bayern schrägsticht dortmund dort man ist natürlich die daumen gedrückt im fernduell ich denke aber dass sie zu hause gegen mainz schon nicht viel gewinnen werden für uns geht es darum sich gut zu verabschieden hoffentlich aus der saison noch mal ein gutes spiel zu machen vielleicht ein bisschen glück noch mal punkt zu holen wie im hinspiel ja wenn nicht denke ich stehen die verabschiedungen im vordergrund allen voran natürlich schon das hektor aber aus giri und timo horn wenn wir das letzte mal im fc dress sehen ja schmerz schon wird auf jeden fall emotional ich nehme euch heute mit wir werden dann am stadion gleich wieder filmen und dann würde ich sagen bis gleich angekommen im stadion eine stunde noch das antritt ich würde sagen es kribbelt und wie also auf der einen seite fühlt sich gut an hier zu sein wie immer auf der anderen seite war dabei geschmack dass das letzte spiel von hektor sein wird ja wir haben uns schon ausgerüstet hektar schal geholt hektar t-shirt noch mal volle montur ja ihr wisst es vom match head talk also ich glaube leider schon dass bayern knappen sieg holt ich denke aber dass dort und gewinnt deswegen wird dort am ende meister sein ich hoffe wir werden noch ein gutes spiel machen dass hektor noch mal einen guten abschied hat die stimmung denke ich wird sowieso gut sein zum abschied und ja dann fragen wir zum abschluss doch mal hier den fachmann war das dein tipp bro ich tippe 2 1 für den fc der mann beliebt komplett ich wünsche ich könnte auch so lieben die mann beliebt die mann die mann die mann die mann die mann die mann der Jona Sektor, Jona Sektor, Jona Sektor, Jona Sektor, Jona Sektor, Jona Sektor, Jona Sektor. Schön mit der BVB fahren, Freunde. Jó, Naseko! 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 Jó, R網l, Operna, Jó, Naseko! Jó, Naseko! ausgespielt mit zwei Fessen, war ein super Schnetzer. Man merkt, dass es für Bayern um so viel geht. Bayern hat auch gefühlt, keine Ahnung, 18% Ballbesitz. Das ist schon ein ganz schwieriger Auftakt. Aber Stimmung ist auf jeden Fall überragend. Ja, was auch passiert hier unten? Wann steht da hier? Was stehst du da? Ja, Freunde, wir haben gut 20 Minuten vorbei. Bisher muss man sagen, es ist leider schon ein klassen Unterschied. Die Bayern haben aber meiner Meinung nach auch viel zu viel Raum. Gefühlt, egal wo sie in der 16er Nähe vom FC sind, sind immer 1 gegen 1 gefühlt. Und wir sind irgendwie gefühlt immer einen Schritt zu langs. Also die Führung ist leider komplett verdient. Ja, zeitgleich ist Dortmund leider 1-0 zurück. Bloß hat ein Elfer verschotzen. Wir haben Halbzeit und ich kann das einfach nicht glauben. Also aktuell ist wirklich, außer dass Bochum führt, für mich, ist jeder Spielstand eine Katastrophe. Gladbach führt 2-0. Dortmund ist 2-0 zurück. Wir sind 1-0 zurück. Zu unserem Spiel kann man sagen, Sané macht ein Tor. Das wurde dann via VAR zu 0 zurückgenommen. Und ja, wieder mal ein Jubel vor der Kurve. Ich weiß, über den wir alle haben, dass wir vor unserer Kurve jubeln müssen. Aber Karma kam ja zum Glück auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, wir haben teilweise wieder Vogelwild verteidigt. Im Hinspiel haben wir es gut gemacht, die Räume eng gemacht. Aber jetzt, ich weiß nicht. Jetzt machen wir das nächste Spiel bisher wirklich nicht gut. Aber hoffen wir mal, dass die zweite Hälfte ein bisschen besser wird. Und vor allen Dingen, dass Dortmund das Spiel noch dreht. Weil, also wenn das jetzt auch noch passiert, dass Bayern Meister wird. Wow. Also dann ist der letzte Spieltag genau überall so ausgegangen, wie ich es nicht wollte. Außer dass Bochum drin bleibt. So Freunde, der Freischuss. Halb links neben dem 16er, Hector gerade gefällt auf den Boden. Nein, es ist ein bisschen schwierig. Also flach, aber erst so groß wie die ganzen Ecken die ganze Zeit. Murray, Würfig im Alter! Warum? Ich mache Noweitsch! Jaaa! Jaaaaaa! Jaaaaa! Ja! 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 Applaus 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 Mit der Nummer 4, 6, B.I.A. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das allerwichtigste Faktum, das macht dich zu einem ganz besonderen Spieler, sogar zu einem einzigartigen in der FC Historie hin. Du bist der Spieler, der seit der FC Gründung 1948 am längsten für den FC Fußball gespielt hat. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass wir dir was geben und dir wieder zum Endsee zurückkommen. Das wollen wir Sie mal herzlich willkommen sein. Applaus Wir haben natürlich auch Geschenke dabei. Wir haben jetzt als neuen Fernwesorten dabei. Ja, wir haben in der neuen Kölnbring, egal wo auch hingeht, und natürlich ein wunderschönes Porträt von ihm. Es gibt natürlich auch die obligatorischen Ausreden, die einigen Geist vor. Also, das haben wir schon nochmal... Timo! Also, Jonas, jetzt bist du dran. Auch bei dir ein paar Fakten zu meiner FC Zeit, 347 Spiele für den FC. Und genau so wie Timo, zweimal international für den FC. Und da waren fünf Jahre Spielführer, damit reißt du dich in die Riege von ganz großen FC-Spielern ein. Es gibt nämlich nur fünf andere Spieler, die fünf Jahre oder länger Kapitän des FCs waren. Damit stehst du jetzt mal rein. Die großen Spieler, die Wolfgang Oberrad, Hans Schäfer oder Björn, die Barskrieg. Das ist, glaube ich, aus Zeichen meiner Sicht genug. Applaus Und auch zu dir noch ein paar Worte hinter den harten Zahlen. Was zeichnet dich aus? Ganz, ganz vieles. Ich würde auch gern drei Aspekte rausziehen. Ich fange mit dem gleichen an wie beim Timo. Totale Liebe zum FC, totale Hingabe, totale Identifikation als nationaler Spieler. Ich zeichne aber auch eine extreme Authentizität aus. Die Welle an Sympathie, die dir entgegenschwappt. Seid dann mit Tritt bekannt gegeben hast. Die liegt wahrscheinlich auch daran, dass du dich nie von diesem harten Fußballgeschäft, das vor allem haben hast, die immer treu geblieben ist, von dem man gar nicht mehr gegessen ist. Und zu guter Letzt einfach dann auch eine extreme Konsequenz in allem, was du getan hast. Weil wenn du was in den Kopf gesetzt hast, dann hast du es durchgezogen. Egal was links oder rechts war. Und das ist auch eine Fähigkeit, die ganz, ganz wenige Menschen besitzen. Deshalb sei stolz auf alles, was du hier gemacht hast. Auch für dich alles, alles Gute für deine Zukunft. Wir Glück mit deiner Familie. Ein großes Ritual bei uns in der Kabine. Und das wollen wir, glaube ich, heute einmal ganz besonders. Am besten mit 50.000 Herzen und Stimmen auf uns im Stadion singen. Wir müssen schauen einfach auf die Einwand. Wir müssen jetzt hierher im nächsten 6. oder 2.5. Und dann nicht gleich auf der Herzen schon wirklich auf dem Zeitraum Eisrohr ein. Ich erzähle es mal meine Heimat, das war doch immer der Heimat. Ich glaube, wenn man länger nicht ist, dann denkt man auch noch. Verräterin war einelink buatF ministri. Je ichROQ Das ärg на 2.5. Und dann nehmen wir eigentlich ab. Auch alle waren zusammen und 2 cuántos Итак endet in bar. Sie waren alle! Dobbs preced нельзя dietspringen parse und sie leben würden alle für dich trainiert und die leben können. Alle für dich hörnen wir wohl für dich, dass du mit deinen Rufst Burgей Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich habe als kleiner Junge immer davon geträumt, wie ihr vor euch spielen dürft. Dieser Traum ist für ganz, ganz lange Zeit in Erfüllung gegangen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Der Vater, der Vater, der Vater, der Vater, der Vater, der Vater, der Vater! Ja, das zweimal bei euch zu erreichen, eine ganze Generation auf dem Mathe tat, was man nur teilweise aus Erzählungen vom Vater oder Großvater kannte, das mitzuer Leben, war einmalig und werde ich nicht vergessen. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, zwei Jahre Jahre, wie bei Jonas eine ganze Karriere reiten zu dürfen und hier zusammenspielen zu dürfen. Das ist einer der größten Spieler, die die CDE hatte. Das ist ein ganz unfassbarer Sport, sollte ich sagen. Vielen Dank, macht es gut! Und dringend von der Show uns beiden. Vielen Dank, Jürgen! Nach heutigen Nächsten haben wir heute, Hans-Jürgen Marc Ecke. Ja, ich muss mit dem Teil in seiner ersten Mannschaft beginnen. Das habe ich mir schon immer gewünscht, habe ich nicht getraut. Hört, seid mir gut auf! Hört, seid ihr? 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 Okay, jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen. Na ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Ich habe mir nichts vorbereitet oder sonst was. Ich bin einfach froh, dass ich meine ganze Karriere hier nicht verbringen durfte. Aufwenden. Ich bin einfach froh, dass wir jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren so beschalten konnten, wie wir es gemacht haben. Da bin ich auch sehr Dank dafür. Wir haben echt gerade alle super Truppen zusammen. Danke an euch. Das hat es mir leichter gemacht, jetzt die Karriere zu beenden. Da weiß ich ja, da kann es schief gehen. Für mich war immer relativ wichtig, dass ich ein gewisser Eckfeier habe. Meine Familie, meine Freundin, meine Frau vor allem jetzt als mein kleinen Sohn. Für mich natürlich auch die letzten 13 Jahre, wo ich dann auch nicht mehr und gerade noch mal zu Hause war, so ein bisschen unterstützt habe, mit hingefahren sind, egal wohin. Ob es dann auch bei der Nationalmannschaft irgendwo nach Irland oder irgendwo in Deutschland mit dem FC begleiten und vielen Dank dafür. Danke allen. Genau so was war ein gutes. Ich finde es einer immer dabei war, der war die 13, beziehungsweise der Herr Ophia Timo, der auch ein ganz guter Bestwert war. Ich bin auf jeden Fall gut und schlecht gewesen, das könnte ich auch noch mal sein. Ich freue mich. Es regnet sich ganz gut, wenn Tilmon da nicht mehr da ist, dann habe ich den nicht gut gehalten. Ich hoffe auch. Ich bedanke mich von euch allen. Es war immer die Errege zu spielen, mit der ich es gerne mache. Aber ich würde sagen, dass es nicht mehr ist. Danke! Ich würde euch ein großes Danke sagen und für euch beide zum ersten Mal... Freunde, das war der Stadion-Vlog bzw. das Abschiedsvideo von Jonas und Timo. Nennt es, wie ihr es wollt. Ich habe auf jeden Fall ordentlich Zeit investiert. Ich habe fast sieben Stunden gebraucht, das Ganze jetzt irgendwie so zusammenzuschneiden. Ich hoffe, es ist mir relativ gut gelungen. Ich hatte in jedem Fall Videomaterial für fast zwei Stunden. Also wir hätten das viel länger machen können. Ich hoffe, dass die Länge so noch in Ordnung ist. Ich habe versucht, hier alles Wichtige reinzutun. Ich würde mich wie immer über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius Raus. Haut da rein und ciao! Physurgisch! Bien plus Heretics! Prof Chiragschini5 Besuch! Besuch! Pres vehicles! Besuch! Es uns nichtAD,rotast! Besuch! 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 Bis zum nächsten Mal.